moin leute was geht herzlich willkommen zu diesem ganz ganz kurzen video heute ein kurzes unboxing video ich habe nämlich etwas in der post vorgefunden diesen briefumschlag hier und wir werden jetzt zusammen herausfinden was da drin ist bzw ich weiß schon was da drin ist aber wir werden gemeinsam entdecken was sich hier in diesem briefumschlag befindet schauen wir doch mal rein bin ja nicht gut darin sachen schön aufzureißen weil mir geht ja immer alles kaputt und kommt raus weg es ist natürlich raw 2 die wild issue die zweite edition von ben bern schneiders magazinreihe raw ich habe das erste natürlich auch schon da jetzt auch das zweite exemplar die zweite ausgabe von hier vor mir liegen so und lass uns doch auch direkt mal einen blick reinwerfen indem wir vorsichtig diese collectors hülle öffnen eine geheimbotschaft dazu verrate ich allerdings noch nichts wunder wunderschön ich muss ja leider was covern weil explicit content und so wirklich wahnsinnig 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 schön viel mehr text als beim ersten mal für diejenigen die es nicht wissen raw gehört so ein bisschen mit zu bens buch voyager beziehungsweise ist so eine art parallel geschichte zu voyager bedeutet auch in diesem wunderschönen magazin in diesem wunderschönen heft wie bens gerne sagt sind eben nicht nur schöne bilder sondern auch text da ist eine richtige geschichte drin lohnt sich auf jeden fall zuerst voyager zu lesen und die geschichte dazu entdecken und dann in die welt von raw einzusteigen wer das nicht mag weil sich für geschichten nichts interessiert und nur schöne bilder gucken will auch der macht hiermit nichts falsch denn bens arbeiten fotografisch sind ganz ganz wunderbar und ganz fantastisch dieses magazin ergabs zum vorbestellen ab februar geht jetzt glaube ich in den regulären verkauf wenn ihr euer exemplar noch nicht vorbestellt habt und auch 1 noch nicht gesehen habt dann schaut jetzt mal ganz schnell auf bens website die habe ich euch unten in der video beschreibung verlinkt und bestellt euch auf jeden fall euer exemplar solange es sie noch gibt und wer jetzt noch nicht überzeugt ist den überzeugt vielleicht das hier ist das geil deshalb jetzt video aus auf die website und besorgt euch peace out out